Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rainbow Six Siege mit Fabian. Hallo. Ich hoffe mal diese Aufnahme funktioniert, weil meine Aufnahmenfenster kann ich derzeit nicht sehen, weil ich die Einstellungen aufhabe. Meine funktioniert. Meine sehe ich nicht, weil man bei mir ins Einstellungsnetz da vor meiner Fresse. Damit ich für dich da die Einstellungen angucken kann. Ich muss gerade noch was machen. Das ist glaube ich besser, das ist mehr in der Mitte. Mehr in der Mitte. Ich habe keine Ahnung über was Fabian da gerade grübelt. Du könntest auch mal Rüstung nehmen. Take Amor. Oh Gott. Das ist gut. Ich habe keinen Boxbomben. Ist so nervig, Alter. Hostage und Secure Area ist... Au. Peace help. Kannst du herkommen? Ja, noch dicker ans Fenster ist... Boah, Mann! Du machst schön spannend, Alter. Ich gehe hier nur rüber. Da kommt schon wieder einer, Grappel-Days. Da kommt einer durch. Hörst du's? Da haben wir im Fenster gleich. Ich habe nur eben gehört, wie irgendwas am Fenster geklatscht wird. Alter, hör auf zu piepen, Mann. Ich hoffe mal, der Rekult kann mit der Arsch decken. Bei mir kommt ein Schild. Bei mir ist ein Schild auf der Treppe. Oh Gott! LOL! An der Ecke abgeprallt, ey. Falsche Wache. Spast. Müssen wir jetzt... Okay, wir müssen gerade nicht zu dir. Alter! Leute! Ach, da, Bremen! Wo ist der? Wer fickt das Scheiß, Alter? Da, da, da! Oh Gott! Ja, nix da! Ah, ich seh nix mehr! Bei mir ist alles schwarz... Okay, konzentrier dich. Bei mir ist schwarz-weiß, Alter. Ich hab 8 HP, Alter. Es wird immer dunkler bei mir. Ist ja gar nix mehr. Ich bin... Jetzt ist die Frage, warum ich der einzig bin, der überhaupt was gerissen hat. Ich hab jetzt vier Leute getötet. Möcht' ich auch mal was reißen können, Leute! Hast du ja so... Ich hab' den versucht... Ich bin der... I-Hans. I-Hans versucht. Ich nehm' mal... Vorher wegen dir hab' ich erst mal den Fuse, glaub' ich, getötet. Weil, als du direkt vor der Fetze lag, ist grad einer hoch und wollte irgendwas anbringen. Ich hab' einfach nur durch die Tür... durch das Fuse durchgebollert dann. Ach, hast du das? Ja, hab' dir der Arsch dabei gerettet, weil sonst wär's doch gestorben. Hast du das? Wirklich? Ich hab' ja nicht. Halt aber noch ein bisschen. Danach kam... ... ne Montagne, der hat... ... mir relativ viel gezogen, der Klairs hat mir am meisten... Der Blackbird kam drin und dann hab' ich einfach von hinten umgediebt. Kannst ja bei... Kannst ja meine Aufnahme, kannst ja meine spannenden Szenen und wie ich mit der Granate voll abgekackt hab. Aber natürlich. Die Impact-Granaten mit den Dingen kack ich eigentlich nur noch ab. Ich hasse die Teile. Funktionieren fast gar nicht mehr. So, die funktionieren, wenn du treffen würdest... Die erste hat getroffen, die zweite hab' ich einfach voll gegen die Kante vor meiner Fresse gehauen. Wir sind hier da, wo wir waren, glaub' ich. Jaja, ich hab' den Puls eben noch schön sehen. Noll! Ich fahr' hier schön im Kreis. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ganz weit weg wir müssen ja nicht ja da sollte der fuß aber was ich könnte alle drei fenster für das könnte ja ich bin doch voll ich will noch die voll aufmerksam drauf machen auf die fenster was schießt du da die tür ich wollte die tür aufmachen aber das geht so besser alter da war irgendwo der puls auch da unten und da liegt meine kamera noch da meine kamera liegt dann nicht mehr kannst du auch noch eine rein schicken ich schickte eine runter weil die haben den jammer im gang mitgemacht die welt steht im gang in der kamera und meine karte in der kamera was zwei mal nicht gekauft und behalten ist gestorben und das war das jetzt der bände ist jetzt an der hat jetzt die stunde und ich gleichzeitig beendet angegriffen oder was keine ahnung ich habe irgendwie geschossen habe ich verloren da ist er jetzt voll in die ecke darin geflore keine ahnung ich habe sich wohl teamkamerad mäßig abgeknallt nein das war die fitzschrone was dann habe ich ihn ja noch getroffen ich weiß ich weiß ja twitch ich stehe hier es müsste reisen ja wenn ich das schon nicht gern nicht so schlecht dafür bieten rechts rechts unten da kam die tüche von unten die hatte nur noch wenig ich hab jetzt so viel ich hab ja schon richtig viel gedreht bei den heißen soft was nice soft ist man nämlich die richtige waffe was denn schrotflinde nein keine schrotflinde menschen zu fördern so gerockt mit schrotflinde warte so rick wenn ihr die impie klinik movie und youtube darf an wie kommt er jetzt da truff weiß ich nicht was soll der scheiß Prozent Prozent was denn zu tun Prozent für Anlass und Scheiße gemacht wird Guck 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 einfach genau das als Türen die Kameras abgabe an der Balladen und übernehmen in dieser Nacht wo die anderen Ballern irgendwo hier, die Pumpe. Hm, ich weiß lieber nicht mehr. Warum hat er da eine Frostfalling gesetzt? Ich hab keine Ahnung, die geht auf jeden Fall kaputt, wenn da irgendjemand sprengt. Da springt aber glaub ich keiner. Da wird glaub ich keiner um ihn. Sicher. Sicher. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Nee, wie heißt das aber bei Dings? Die haben Twitch. Die Twitch-Drohne hat mich gerade eben gesehen. Die wissen, wo ich bin. Meine Puzzle. Die haben keine Ahnung, wo die... Die haben keine Ahnung, wo die Hostages. Die haben keine Hostages. Äh, die Area. Echt? Sie sind nämlich als bei mir in der Ebene. Eine kommt jetzt hoch bei dir. Ist jetzt hier. Alter, wo ist hier einer durch? Op 4 has spotted the Biohazard Container. Op 4 is securing the Biohazard Container. Und irgendwie die in die Frost fallen. Äh, Leute? 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 Wollt ihr den jetzt mal verteidigen? Was war das denn, Leute? Ihr müsst mal da rein. Geschlafen. Ja, du nicht nur du, da. Ich hab das getan. Ah, geht es. Wo werden sie wohl bitte was machen? Nee, die haben geschlafen. Alle. Was finde ich denn, na, 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 na. Wo ist der Richard? Ich hab das. Richard keep calm. Ich hab das. ich weiß mit Play Rainbow Six bei der Beierkaufgabe Ruhe N N Dattdien der Küche dann den planungsraum ich bin gejammt wenn meine drohne ist gejammt was ich noch mitbekommen hat und der US-kongress jetzt Donald Trumpo als Präsidenten bestätigt hat er hat sie mir jetzt die russer sich doch eingemischt hat in den Wahlkampf von Trump auch als ob sie das nie es ist scheinbar und werden sich auch in Daniel halten wenn sie das denn tatsächlich getan haben keine Ahnung keiner weiß aber in der Beine Prozent noch ein Stück runter ich will doch schon gehen wenn du mal kaputt es geht mir auf nerven tauschen geht immer dann die fenster guck hier mal warum weil du den sledge hast ich muss noch ein stückchen runter eine etage runter eine etage noch unter dahin musst du bist du weit oben was bringt welche klima platzieren was sagt mir das mit die runde verloren der stich das war knapp hatte das besucher schaden war auch auch ich bin ich der letzte eine tüche noch da hinten sparen nein wir werden gleich wieder dauer Ich bin gespottet? Wir werden hier nicht gespottet. Leck mich am Arsch. Null. Nein! Was macht die Twitch, Mann? Boah, Alter. Twitch! Ja, fucking Richard, Alter. Ab wieder an. Wenn der downranked, ey. Jetzt dann so schön hochgespielt und jetzt, guck mal, 8, 1, 3, Mann. Ich habe eben zwei Leute vor einmal getötet. Warum wäre ich der downranked, Mann? Ich habe 8, 3 gespielt, Alter. Kackspiel. So, mit diesen wunderschönen Worten und verabschieden wir uns für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!